Nähen Sie schöne Biesen mit dem Biesenzubehör, das im Zubehör der Achtermodelle enthalten ist. Der Tunnel am Biesenzubehör bietet ausreichend Platz für die Garneinlage bei gefüllten Biesen mit Doppelnadel. Das Biesenzubehör wird einfach mit dem mitgelieferten Schraubendreher auf der Stichplatte festgeschraubt. Setzen Sie eine 2 mm Zwillingsnadel ein. Setzen Sie zwei Garnrollen auf den Ständer, eine vorne, eine hinten. Überwachungsfunktion drücken, es erscheint ein Spezialbildschirm. Nadeltyp und Stärke wählen und mit OK bestätigen. Faden durch die entsprechende Führung am Fadenständer und einen Faden vor der Spannscheibe durchziehen. Weiter einfädeln und durch die Führung über der Nadel ziehen, dann über den Fadenabschneider auf der Seite. Der Faden muss gut im Fadenabschneider sitzen, damit er die nötige Spannung hat. Taste automatischer Einfädler drücken und der Faden wird innerhalb der Maschine korrekt platziert. Die Nadel wird aber nicht eingefädelt. Fädeln Sie die Nadel mit dem Einfädler aus dem Zubehör von Hand ein. Gehen Sie beim zweiten Faden gleich vor. Ziehen Sie ihn aber hinter der Spannscheibe durch. Jetzt erscheint das Überwachungsfunktionsfeld in Rot als Hinweis, dass eine Spezialnadel eingesetzt worden ist. Ist die Überwachungsfunktion aktiviert, wird die Stichbreite der gewählten Stiche automatisch begrenzt, um einen Nadelbruch zu vermeiden. Im Stichmusteranzagefeld sind nun zwei Stichreihen sichtbar. Geradstich wird gewählt und der Nähcomputer zum Nähen mit Zwillingsnadeln eingefädelt. Damit das Einlagegarn schön abzieht, wird die Rolle auf das Freihandsystem aufgesetzt. So kann sie nicht herunterfallen oder sich verheddern. Biesenzubehör mit der mitgelieferten Schraube befestigen. Einlagegarn durch den Tunnel führen und ein Stück unter der Nadel durchziehen. Stoff unter den Nähfuß legen. Zu Nähen beginnen. Das Einlagegarn wird automatisch in die Biesen geführt und erzeugt einen Fülleffekt. Das Biesenzubehör kann auch für schöne Luftfestons an Kragen, Manschetten und Falten verwendet werden.